So, hallo, ich meine Freunde, es ist Raman, der es ist ja auch nicht. So, ich meine lieben Freunde, ich grüß euch recht herzlich zu einer weiteren Folge von Survival Games. Ich habe jetzt sehr, sehr lange nicht mal aufgenommen. Ähm, also Survival Games. Ey, ich hasse euch so hart, ne? Das, das tue ich mir gerade an, meine lieben Freunde. Die lachen einfach nur. Wie kommt man da hin? Äh, ach, das muss man sich freibauen. Oh. Äh, hä, hä, scheiße, ich weiß gar nicht, wer will man das einsammeln? Ähm, äh, wen ich alles dabei habe, das sind einfach nur zwei Leute, die ich halt, äh, öfters mit mal auf der S-Chill, das ist einmal die Lin und einmal die Flubbi. Äh, schlauer Creeper und Wurst-Nurst-LP. Also, das sind die beiden Mädels, die die ganze Zeit lachen. Und ich habe noch den, äh, wie heißt der nochmal, den, da genau, Poor Sims 3, äh, das ist der Ali. Ali ist das. Der darf nur gerade nicht reden, weil spät und so, der ist auch noch dabei. Und wir nehmen jetzt gerade alle Survival Games auf. Au, das seid ihr. Au, ihr seid jetzt alle hier. Oh. Ey, lass mal Team machen, ja, Team, ey. Alter, Flubbi, ey, hier hast du ne Gangster auf dem Opa. Und ja, meine Liebliefeute, das habe ich mir gerade angetan, weil Flynn und Flubbi, die lachen die ganze Zeit nur, sind doof zu mir und scheiße und, ja. Ich nehm dich da. Und ich kann, genau, ich habe jetzt seit Jahren kein Survival Games mehr gespielt, von daher erwartet jetzt bitte nicht die beste Runde. Möchtet ihr was zu essen haben? Ja. Bekommt ihr aber nicht. No,li. Stirb, 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 stirb. Alter, figg dich. Yes. Scheiße, ich sollte ein bisschen leiser sein, glaube ich. Ich habe ein Schwert. Da habt ihr essen lassen, ein Apfel und sowas. Keine Ahnung. Also, have' … Ja, ich sollte auch nicht so lauter sein. Bis wir haben uns gerade 2 Uhr nachts und sowas und, uh, habt ihr jetzt alles hier schon durchsucht und so? Ja, wir sind hier schon fertig. Ey, wenn man sich mal so die Survival Games rund von den ganzen großen YouTubern anguckt, ne? Alter, wir sind die gerade echt Beste. Alter, ich bin nie wieder mit Sanda Survival Games. Mit Sanda? Ja, vom BTTVTS, Alter. Ja, der Sanda ist schon cool drauf. Ihr habt mit Sanda echt mal aufgenommen. Schick mir mal nachher die Aufnahme, ich will wissen, wie scheiße ihr wart. Okay, da ist Wurstnust. Der Kanal wurde gemischt. Das wusste ich. Da, das ist Wurstnust LP, müsst ihr auf YouTube finden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr berührt. Alter, tolle Lolle. Ich erkenne die ganzen Kisten gar nicht. Läufst du mir jetzt die ganze Zeit hinterher, Flubi? Ja. Ey, du scheiß Fangirl. Ich hab Fangirl. Oh mein Gott, ich hab Sachen gefunden. Echt? Ich bin dran vorbeigelaufen. Schlecht, ich bin totschlecht. Ey, gibt es überhaupt Spieler oder so? Weiß nicht. Oh, ich hab ein Goldschwert gefunden und eine Holzacht von TNT. Alter, wo seid ihr? Möchtest du ein Schwert haben, Flubi? Ja. Da. Oh, das finde ich so zähl von dir. Was ist denn für hoch und so in der Haut einfach ab, Alter? Ja, natürlich. Ja, ihr seid abgehauen. Ich bin gar nicht abgehauen. Oh, da hinten sind welche. Nein! Ich hab keinen Optifine drinne. Alter, wenn das... Ach ja, Flubi? Ja! Goldschuhe, weil ich dich so sehr lieb hab. Danke. Da hinten waren welche. Da hinten waren welche. Ey, wenn wir die Runde jetzt gewinnen, ne? Das wär voll genial. Du meinst, ich will jetzt als erstes sterben werden. Ey, wir haben schon jemanden umgebracht, okay? Das ist das Beste. Nein, das ist... Ich dachte schon... Scheiße. Hallo. Kommt da hinten Flubi? Nein, das bin ich. Ach nee, das ist Lynn, genau. Ja, mein ich ja. Wie viele leben denn überhaupt noch? Ich hab keine Ahnung mehr von Survival Games. Ich hab ein Erfahrungs... Ey, 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 ey! Stellt euch alle hier in mich rein! Ich kann ein Erfahrungstrickchen machen! Oh, das ist so cool! So cool! Komm her, komm rein! Das ist in die Stiftung. Hat das jetzt funktioniert? Ich hab keine Ahnung. Braucht wer noch ne Waffe? Ey! Alter, Flubi. Ey, Aldi, komm mal runter! Komm mal runter, Aldi! Hast du ne Waffe? Ich glaub, Aldi ist hier hochgegangen, glaub ich, ne? Ist Aldi hier hochgegangen? Keine Ahnung. Ach, Aldi hat ne Waffe, okay. Alles klar. Ich brauch ne Waffe. Du hast eine. Lass uns irgendwo anders hingehen. Knack dich doch! Ja, ich, ich lauf gerade auch nur sinnlos hin und her. Ich hab keine Ahnung mehr von Survival Games. Ja. Ich glaub, ich muss echt mal den ganzen anderen YouTuber aus Pixamon oder sowas mal Survival Games aufnehmen. Dann, dann werde ich bestimmt auch wieder besser oder beim Minecraft Battle mitmachen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab so keine Ahnung. Wie viele leben denn überhaupt noch? 11. Oh. 17? Grad waren es noch 17. Ups, 11. Echt? 11? Wir sind unter den ersten 11. Oh mein Gott! Echt, wir sind 11? Ich hab keine Ahnung. Im Test stand, glaub ich, 11. Ey, ich hab so keine Ahnung, was wir hier machen. Okay, ich hab Pilze gefunden. Das ist sehr schön. Möchte mal Pilze haben. Du spielst die erste Survival Games zum zweiten Mal. Hallo? Ey, ich find Survival Games gerade generell irgendwie, weiß ich nicht. Es ist irgendwie wie früher. Es ist irgendwie kein Schwein hier. Ähm, Ali, komm mal bitte zu uns. Warte, mach. Ich hab was für... Fickas, wo seid ihr? So. Alter, ich hab keinen Bock, hier so eine 20, 30 Minuten Aufnahme hochzuladen. Ey, ganz im Ernst, ich glaub, wir haben Ali verloren. Ali? Ali, wo bist du? Ich hab Angst ohne dich. Da hinten ist eine Truhe. Hat die schon wieder geöffnet? Ja. Äh, wieso kann man Truhen nicht öffnen, wenn man was in der Hand hat? Das ist so schwul. Ja, da ist auch nichts dran. Ja, trotzdem. Hallo, wo sind die ganzen Spieler? Das ist voll die Kackmap, ey. Da unten ist einer. Da ist einer mit einer Angel. Komm her, ey, Leute, Leute. Kommt her, komm, 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 komm. Ich bin runtergefallen. LoL, Dreier-Team, sagt er. Wo ist er? Komm her, komm, wir gehen neben die Dreier. Seid ihr hinter mir? Seid ihr hinter mir? Ja. Nee. Okay, komm, wir laufen dem hinterher. Warte, ich muss was essen. Oh, Lehn, ey, was saug du jetzt nicht die Action? Ich muss auch was essen. Immer nur ans Fressen denken. Wo seid ihr? Ich muss die Tür. Achso, ihr kommt. What the fuck? Ah, what the fuck? Was war das denn, bitteschön? Also, da kam einmal irgendjemand irgendwo runtergesprungen. Was war das? Okay, ich habe Sachen für euch. Passt mal auf, dass keiner... Wer war das? Oh, der kommt schon in den nächsten. Ah, ich bin kein Tod. Ah, nein. Der hat einfach die Mutter. Alter, der hat das... Ihr bist tot. Ja, hallo, jetzt bringt doch auch bei den anderen beiden Schlampen. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich sterbe nicht. Ich bin tot. Das war dieser Nevesis Reborn, Alter. Kommt der erst mal mit dem Eisenschwert angifft. Hallo, Leute. Ich bin nicht als erstes gestorben. Ich bin voll stolz auf mich. Ja, ich bin als erstes gestorben. Ali lebt, glaube ich, auch noch. Wie gesagt, der kann leider gerade nachts nicht reden. Und wie gesagt, das war es mit einer kleinen Runde. Es ist so, weil wir gar nicht so verfehlen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr wollt, schreibt es einfach irgendwo unten hin oder so. Keine Ahnung. Dankeschön an die drei, die mitgezockt haben. Und ja, wieso ich auch mit Lin und Flüby aufgenommen habe, liegt einfach nur daran, weil ich es dem mal vor Monaten versprochen habe. Und ja, da ist... Hast du? Ja. Krieg kein Lebstrum. BAK! Was habe ich getan? Ich bin irgendwo anders. Ach ja, die IP zum Server. Sorry, da habe ich wieder Wurschreibung. Hive MC. So. Mein Gott, das hätte ich nicht mal gedacht. Sagt ihr noch, möchtet ihr noch irgendwas sagen? Das ist die Penis. Ich geh gehört. Sie hat Penis gesagt. Okay. Haut doch einmal in die Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Direkt. Tschüss.